Zwischen Beruf, Haushalt und Familie fehlt Paaren oft die Ruhe für Zweisamkeit. Der Kopf ist immer voll und man hat einfach nicht so richtig Lust. Hinzu kommt, dass durch eine gewisse Routine in längeren Beziehungen auch die Leidenschaft abnehmen kann. Das zeigt sich zum Beispiel durch abnehmende Erregbarkeit oder auch verringertes Lustempfinden. Sowas belastet natürlich viele Paare und sie suchen nach Lösungen. Damiana ist eine Heilpflanze, die bereits zur Zeit der Mayas als Aphrodisiakum und Stärkungsmittel eingesetzt wurde. Sie baut ihre Wirkung langsam und kontinuierlich auf. So ist unabhängig vom täglichen Einnahmezeitpunkt auch spontane Zweisamkeit jederzeit möglich. Damiana fördert die Durchblutung der Geschlechtsorgane sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Dies steigert das Empfinden und auch die Lust. Außerdem hat sie entspannende Eigenschaften und hilft somit sich besser fallen lassen zu können. Denn gerade bei der Lust auf Sex spielt der Kopf eine wesentliche Rolle. So steht mit Damiana einer erfüllten Sexualität in der Partnerschaft nichts mehr im Weg.